Hi Leute, willkommen auf dem Kanal von EagleEyes. Heute möchten wir euch einen E-Book-Reader im Großformat vorstellen, und zwar den Pocketbook Pro 912, freundlich, zur Verfügung gestellt von Legalo. Auf der schlicht schwarz gehaltenen Front befindet sich mittig die Modellbezeichnung. Und auf der Rückseite finden wir eine Produktbeschreibung in acht Sprachen. So, let's see what's up inside. Natürlich ist der E-Book-Reader selbst mit dabei, ein Ladekabel, ein Quick-Start-Guide, eine Garantiekarte und eine Karte mit den Rechtsbelehrungen. Wie am Anfang erwähnt, haben wir einen Großformat-E-Book-Reader mit einem 9.7 Zoll großen E-Ink-Display. Das Display spiegelt nicht und wir können unsere Eingabe sogar mit einem Stylus-Pen durchführen. Zudem haben wir aber auch noch Bedienelemente an der Seite und unten am Gerät. Hier finden wir den Wi-Fi-Ein-Ausschalter, den Ein- und Ausschalter und den Stylus-Pen. An der Seite befindet sich die Lauter- und Leise-Taste und eine Zoom-Taste. Unten am Gerät befinden sich die beiden Lautsprecher, der Reset-Knopf, der Kopfhöreranschluss, die Batterie-LED-Anzeige, ein Micro-USB-Anschluss und natürlich ein Micro-SD-Schacht. Und so hochwertig schaut schon mal die Rückseite aus. Als erstes müsst ihr euren Bildschirm kalibrieren. Und hier könnt ihr die Sprache auswählen, in unserem Fall Deutsch. Die Rechtsbelehrung müssen wir akzeptieren. Und schon sind wir fertig. E-Books könnt ihr ganz einfach über die Bibliothek aufrufen. Und durch einen Druck hier auf der Taste können wir die Schriftart und Schriftgröße leicht ändern. Uns hat der E-Book Reader sehr gut gefallen. Aufgrund der Größe jedoch würden wir diesen E-Book Reader eher zu Hause als in der Bahn benutzen. Die Akkulaufzeit und die Verarbeitung ist sehr gut. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei Legalo bedanken. Den Link zur Firmen-Homepage und weitere Produktinformationen findet ihr wie immer unten im Infokasten. Bis zum nächsten Mal, euer IGLICE Team. Di generating Datenanny auf 3 xu你的 Übersetire ist dein Marketing. Bis zum nächsten Mal, ich würde factieren. Bis zum nächsten Mal im 30 Daysisas,bieter oder Ostiaisiro habe ich ja auch viel dabei ver 도 any لم! Us war eine треть, Art Tig? Bis zum nächsten Mal, ich würde vielleicht genau andena store Bone zu erstellen. Bis zum nächsten Mal, ich würde keine Achsam Snake- Barken führen zu井. Bis zum nächsten Mal, mich wird choke an entering das workout-oniasat Powstunde gerade von meses drauf MU без Nashville vor dem